Hallo zusammen, ich bin Joel und ich bin Nick. Wir beide machen den Lehr als Fleischfachmann und Frau beim Jenser mit Fachrichtung Veredelung. Und wir zeigen dir, warum das genau die richtige Lehr für dich ist. Das Messer ist das wichtigste Arbeitswerkzeug und dazu gehört auch eine gute Schutzausrüstung. Wir machen in der Lehre vieles Verschiedenes. Im ersten Lehrjahr lernen wir hauptsächlich in der Verarbeitung, wie man eine Wurst herstellt, alle Produktionsschritte und wie man die Knochen aus dem Fleisch löst. Im zweiten Lehrjahr können wir dann richtig laden und lernen die richtige Kundenberatung und auch unsere Produkte, die wir hergestellt haben, zu verkaufen. Wir dürfen viele verschiedene neue Maschinen kennenlernen und sie im Alltag nutzen. Mit dem Arbeiten in den verschiedenen Abteilungen ist es ein vielseitiger und spannender Beruf. Ausserdem kommt mir der Betrieb bezüglich der Arbeitszeiten sehr entgegen und ermöglicht mir neben der Lehre noch Leistungssport beim FC Basel zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat und auch du Interesse hast an diesem Beruf, dann komm doch zu uns und mach eine Lehre wie wir mit dem Jensel. Dem편st dir das Video gefallen hat, dann werde ich euch heute empfehlen und Ihre LehreMI Sophia